Sie braucht, nennt man's Leben oder Streben und Goodbye. Größe, weiße Juden, fünf, vier Stunden und drei Runden. Die Hinterzimmer, Hinterwinder, die Angst erfüllte, die Gewinner. Größe, weiße Juden, fünf, vier Stunden und drei Runden. Die Hinterzimmer, Hinterwinder, die Angst erfüllte, die Gewinner. Größe, weiße Juden, fünf, vier Stunden und drei Runden. Größe, weiße Juden, fünf, vier Stunden und drei Runden. Die Hinterzimmer, die Angst erfüllte, die Gewinner. Das ist der, oder Streben und Goodbye. Der 2. Mai, der internationale Kampf- und Feiertag der Arbeitsplätze. Reit euch ein, kommt mit uns mit, schließt euch an in unserem Protest gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die unglaubliche Reichtümer produziert. Wenn man sich die Geschäfte anguckt, gibt es keinen Mangel. Trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, in der es Armut gibt. Und das liegt daran, dass der Zugang zu dem Überfluss daran gebunden ist, dass man sich dem Zwang zur Lohnarbeit unterwirft. Zumindest für den größten Teil der Bevölkerung ist es so. Und darum sind wir heute zum 15. Mal in Folge auf der Straße. Wir haben Zeit, 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 wir haben Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020